Servus meine Herrschaften! Ja, es ist endlich soweit. 2020 habe ich ein Video gemacht über die neue Krimiserie Sokolinz. Ja und am Dienstag 20.15 Uhr AF1 ist es endlich soweit. Die erste Staffel von Sokolinz geht auf Sendung. Da ja die Krimiserie Soko Kitzbel eingestellt worden ist, haben sie sich überlegt, naja, da müssen wir ja was nachschießen. Und wo könnte man diese besser drehen als in der Stadt Linz? Ja, 13 Folgen in der ersten Staffel sind gedreht worden. Hauptdarstellerin ist die Katharina Stemberger, die auch letzte Woche bei Willkommen Österreich zu Gast war. Ja, und die gefreut mich recht schon. Also Hauptstandorte sind, wie gesagt, zudem die Dienste Innenstadt, Tabakfabrik wurde sehr viel gedreht und auch der Hafen. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was in den ersten 13 Folgen passieren wird. Ob dann die Serie eine Zukunft hat, wird sich dann herausstellen, wie viel sie angeschaut wird. Also das wird dann erst nach der Staffel 1 wahrscheinlich beschlossen werden. Aber sonst freue ich mich. Ja, wir sehen uns jedenfalls am Montag wieder, wieder technisch und am Dienstag dann vor dem Fernseher um 20.15 Uhr auf ORF1. Gut, dann sage ich schon wieder Servus. Das war es hier von der Uni und bis zum nächsten Mal.